Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus zu unserem 100. Video hier auf YouTube und deswegen dachte ich mir, weil auch Vorweihnachtszeit ist, wir machen ein cooles Gewinnspiel, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Video dran, dann erfährst du, was du gewinnen kannst, wie du die Sachen gewinnen kannst. Vorab wollte ich aber in diesem Zug mich ganz herzlich bei dir, bei euch bedanken, dass ihr uns abonniert, unsere Videos anschaut, teilt, kommentiert, liked und so weiter, auch unabhängig von YouTube uns Nachrichten schreibt oder unser Lernpaket nutzt und uns da richtig cooles Feedback gibt. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht so möglich, wie wir es machen können, also herzlichen Dank. Und jetzt aber gleich zum Gewinnspiel. Was kannst du gewinnen? Wir haben ja unser Online-Lernpaket, das man erwerben kann und da würde ich gerne eines unserer Lernpakete für ein komplettes halbes Jahr verlosen und dann nochmal zusätzlichen Lernpaket quasi für einen Monat. Also es gibt zwei Preise. Der erste Preis ist quasi unser Lernpaket für ein halbes Jahr, quasi für ein ganzes Semester und der zweite Preis ist dann unser Lernpaket für einen Monat. Genau, was musst du dafür tun? Du musst zum einen unseren Kanal abonnieren, das Video hier liken und einen Kommentar da lassen. Du kannst gerne oder du solltest auf jeden Fall schreiben, damit ich dich zuordnen kann, dass du auch am Gewinnspiel teilnehmen möchtest und schreib uns gerne auch als Feedback, welches Video du zum Beispiel, ob in unserem Lernpaket oder hier auf YouTube am meisten feierst, welches dir vielleicht am meisten geholfen hat, dir am besten gefallen hat. Schreibe auch gerne rein, welche Themen du dir noch wünschen würdest und genau. Und als viertes wäre es noch wichtig, dass du uns auf HappyPocampus auf Instagram auch folgst, damit ich dir dann eine Nachricht schreiben kann, genau, wenn du gewonnen hast. Du erfährst es aber dann auch in den Kommentaren, falls du der Gewinner bist, aber damit ich dir dann den Gewinn zukommen lassen kann, bräuchte ich dann eben dein Instagram Kontakt und deswegen die vierte Bedingung, dass ihr, wenn ihr teilnehmen möchtet, uns auch auf Instagram abonniert habt. Genau, also du kannst eines dieser zwei Lernpakete gewinnen. Falls du jetzt sagst, du hast es schon genutzt oder lernst gerade nicht Biochemie, Anatomie, dann kannst du trotzdem teilnehmen und es gewinnen, weil du kannst es dann den Gewinn auch verschenken. Und das wollte ich auch noch sagen, weil das viele gar nicht wissen. Du kannst unser Lernpaket auch quasi erwerben oder dir kaufen und dann aber im gleichen Zug verschenken. Also du kannst dann bei der Eingabe einfach draufklicken auf Verschenken und dort kannst du eben dann die Person angeben, die das Lernpaket dann geschenkt bekommen soll. Okay, also nochmal zusammengefasst, du kannst zwei Lernpakete von uns gewinnen. Einfach den Kanal abonnieren und das Video eben hier liken, den Kommentar da lassen und uns auf Instagram abonnieren. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück beim Teilnehmen. Wie gesagt, du wirst dann benachrichtigt. Du kannst, und das ist auch noch wichtig, nur bis zum 23.12. bis 0 Uhr oder bis quasi 13.59 Uhr noch teilnehmen. Alle anderen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen danach, ja, die sind dann nicht mehr im Lostopf. Genau. Und dann noch als kleine Ankündigung für nächstes Jahr. Es soll dann wirklich wieder regelmäßiger Videos geben. Ich versuche wirklich jede Woche dann ein Video hochzuladen. Und ja, in diesem Sinne nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine besinnliche Adventszeit. Schon mal frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Noch als kleiner Tipp für die ganzen Festtage. Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du vielleicht Prüfungen im Januar hast und dir jetzt, ja, Zeit nimmst für Familie, Freunde und so weiter. Bringt dann eh nichts, wenn du dir nur ein schlechtes Gewissen machst, sondern genieß die Zeit und umso mehr Energie und powerst du dann wieder, wenn dann die Lernerei wieder weitergeht. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr, dich da dann auch wieder weiterhin beim Lernen mit Gedächtnis verletzen, mit Lern-Tipps, mit Lern-Technik unterstützen zu dürfen. Und wünsche dir alles Gute. Mach's gut und bis spätestens im nächsten Jahr. Mach's gut. Ciao.